und jetzt ganz schnell nicht von irgendwie im ficken lassen oder so ganz schnell einfach los Nein 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 los werf diese bombe ab ich geb dir eine bombe ja burn baby burn Ha 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 Bam 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 Ich hab euch gefickt Yes Yes Danke Dankeschön spiel ich liebe dich Ok es war gelogen ich liebe dich nicht Also egal Erstmal dick den Speicherpoint hin Damit nicht wieder alles verloren geht Versprecher von Gewinn Kommt auch richtig gut hin Äh zack Ja wie fahre ich jetzt am Blödsinn zum Speicherpunkt Ist ja nur richtig dick im Minimap unten Aber da kann man ja nicht nachgucken Stirb Bam 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 Zack Zerstört hab ich dich Zerstört Jetzt hab ich die Tastenwechsel Deswegen immer dieser Kamerawechsel Also ich hab mein Finger auf E genau so Und dann hab ich es anstatt D gedrückt Das war übelst abfuck aber gut Warum hab ich jetzt diesen Top-Fanwagen Sollte er mich interessieren Ich glaube nicht Alter Natürlich wir zerstören sowieso mal alles Können wir Das will ich jetzt mal wissen Wie viel kostet das hier Ah man Bisschen zu teuer Scheiße Ich will langsam mal eine Immobilie hier haben Einfach so weil ich's kann Weil ich Geld hab weil ich bin ja sowieso der reichste Mann hier Und äh Und äh Ich trink Bier Wir lassen das Totaler Spaß Oben gefahren Zugeschlagen Der Hot Top-Fan hat wieder zugeschlagen Wer ist der am anderen Ende der Leitung Top-Fan heißt ja oben Spaß Kann man denn auch unten Spaß haben? Man weiß nicht Man weiß nicht Ich hab gedacht das Spiel stößt ab Wenn das Spiel abgestürzt wäre ja dann Dann Gnade euch sieben Was Egal Ich bin da mal weg Ihr könnt mich mal Ich bin erstmal Klamotten wechseln Wo auch immer diese Musik her kommt egal Tschüss Polizistenschweine Wo kommt diese Diese Faschblumusik ähnliche Scheiße daher Weiß es nicht Und los Komm eine Mission geht noch und dann hab ich keinen Bock mehr Einmal auf das D Dann haben wir jetzt die ganze Karte abgeräumt So Um die Ecke Was lupte um die Ecke? Es ist Tommy Rosetti Ecke und Rosetti reimt sich auch über Überkrass Ich mach euch mit meinen Rhymes übernass Nein Kein Kommentar Ich bring keinen Kommentar Aber dafür bring ich mal Äh Pizza zu euch nach Hause Wir machen ein Special Let's bring Pizza zu Abonnenten Sagt mir eure Adresse und äh Ihr könnt erstmal 500 Euro gewinnen Und eine PS3 Und dann noch eine Xbox Und dann noch eine PS3 aber anders Und dann vielleicht noch eine PS1 Und äh noch eine PS4 Die hab nur ich exklusiv Die könnt ihr bei mir gewinnen Und dazu müsst ihr nur Eure Adresse schicken Eure Kontonummer Äh Eure Bankleitzahl Ähm Vielleicht noch euren Ausweis Euren PC Und dann könnt ihr das alles mitnehmen Die ganze Gewinne und ich Es kommt noch dicker Ja es kommt noch dicker Wir legen noch 5 Geldpakete drauf 5 Geldpakete legen wir drauf Meine Damen und Herren Ihr seid mit 10 Euro drin Das wären schon mal 550 Euro Bargeld Und äh Wir berechnen 600 Euro pro Minute Um anzurufen Dieses Gewinnspiel sollten sie sich auf Keinen Fall entgehen lassen Aber euch werde ich da ganz sicher nicht stehen lassen Yes! Rhyme for the win Unbesiegbar So Also rufen sie jetzt an Teilen sie uns alle ihre Dinge mit Schicken sie uns Kreditkarte Ausweis Alles per Post Sie können gewinnen Sie können gewinnen Unter der Nummer 0 1 3 7 5 3 Ich bin nicht so überzeugt, bist du? 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 B Hey, ich werde Diaz behandeln. Er beginnt zu mir, zu vertrauen. Hallöchen! Ich dachte schon, ich muss den jetzt fliegen. Ich dachte schon. Ah, ich... Wenn wir das hier... Wenn ich den Helikopter hätte fliegen müssen, dann hätte ich sofort abgeraged. Ah. Ja, quatscht ihr nur mal schön. Ich... Was soll ich abschießen? Ist mir egal. Ey, Überwaffe! Wie schnell hat die das da... Wie schnell hat die Waffe das Ding da zerlegt? Kann ich das erwischen, das Luftschiff da oben? Weiß ich nicht. Egal. Kommt her. Ach, hier waren wir ja, Schwiss, war... Da weiß ich noch, da war der... Dieser heistliche Pool, der ist für den Tennisplatz. Komm. Komm her. Ja. Ich habe auch eine richtig scheiß Teufelquote irgendwie. Alter. Wenn ich jetzt schon so viel verloren habe an... 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 Helikopterleben. Will ich nicht wissen, wie das noch wird. Komm. Und zack. Stirb! Stirb! Du bist schwarz! Du bist schwarz! Ach, was? Nein. Ist auch egal. Aber in San Andreas gab es kaum... Einen, äh... Einen minimal pigmentierten Mitbürger. Es gab keine weißen, wir können es auch so sagen. Oder es ist sehr wenig. Das hat sich in diesem Spiel doch drastisch geändert. Warum stehen auf einmal hochexplosive... Ja, klar stelle ich hochexplosive Fässer auf mein Gelände. Vor allem, wenn ich so ein Drogen-Mafia-Pissarsch bin. Und tschüss. So viele Waffen und ich kann sie nicht haben, Manu. Komm, komm, komm. Kann ich die noch... Äh... Explodieren lassen? Ja. Danke. Was, 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 was? Hallo, Bomb. Bomb. Boah. Was geht ab? Von der Nase. Meine Nase geht ab, weil sie juckt. Ha, das juckt mich nicht. Ha, weil's... Ja, nee. Ich, äh, Witze erklären, wird auch langsam irgendwie langweilig. Ich muss es nicht dauernd machen, nur weil irgendwer einmal gesagt hat, das kommt ganz gut an. Soll ich hier den... den Oberaffen zerstören oder was? Ja. Okay. Äh, ja. Äh, was ich erstmal holen wäre, sind die ganzen Waffen. Gib erstmal die Westgenäher, die wir nicht haben, wenn die da noch liegen. Äh, oder was? Warte, was? Ah, egal. Oder ist es ein anderes? Das könnte auch sein. Ja. Ich glaub, das ist... Wir haben... Ach, egal. Ist mir auch egal. Ich kann mich nicht während dem Schießen bewegen, wie behindert. Und rein ins Westen-Nest. Stirb. So, erst mal in Deckung. Hier muss man jetzt richtig... Hier heftig spielen, aber... Hoppala, mein Freund. Weil man kein Dings hat. Kein Lebensschild. Man kann sterben. Sowas hätt's in San Andreas fast nicht gegeben. Kopfschuss. So. Die Waffe ist die Spawn, die hätte ich gern gehabt, aber wieso auch? Mir Waffen geben, wär nicht spaßig genug. Habe ich die aufgenommen, oder ist sie jetzt... Ach, weg. Ich höre immer Schüsse, und es ist niemand da, der schießt. Cool. Entweder soll jemand schießen, oder soll niemand schießen. Oh, der Schuss war eigentlich gemein platziert. Hä, lol, tot. Ah, hallo, Geld. Oh, ich kann aus... Das war schön. Einfach mal rausgeguckt. Was? Ist es unserer? Bitte sag, es ist unserer. Da hab ich jetzt übelst keinen Bock drauf, den Arsch. Okay, danke. Die Mission war doch mal... Die ging doch mal. Da konntest du mit arbeiten. Wir sind zurückgeflogen, aber stehen wieder hier. Mett, wir sind nicht auf dem Helikopterlandeplatz setzen können. Wir wurden direkt hier vorne abgesetzt, so VIP-mäßig. Du bist ja Gangster-Shit. Und so. Hallo, mein Freund. Ihr Taxi würde ich gerne... Ich würde ihr Taxi... Dienst gerne nutzen. Moment. Hallo, es ist mir, Colonel Cortez. Look, Mr. Senior, ich glaube, du bist ein Mann, der kann Dinge aufzunehmen. Please help me. You can find me at the bottom, eh? Mir... So egal... Okay. Mir... So egal... Hässlich... Ist auch egal, wie komme ich zum... Wow, fast hätte ich euch gefickt, ihr Polizisten. Ich kann... Ich dachte, warum kann ich das Radio gerade nicht umstellen? Es ging gerade einfach nicht. Ich könnte eigentlich gerade nochmal, auch wenn sie es jetzt nicht bessern. Du willst gegen mich antreten, ein Überbattle. Du bist ein Übungssettel. Ich höre deine drüberwecke Scheiße. Und du dachtest, du hast geübt, du Zecke. Warum Zecke willst du wissen? Du sagst, Flut aus der 10. Das Lied ist aus. Mal wieder. Mal wieder ist mein Glück unbeschreiblich. Passt auf jeden Fall auch Übertrust. Komm, komm. Der Gigant fällt. Fick dich. Scheiß Wagen, ey. Ach ja, wir haben das Gebäude jetzt zerstört, weiß ich noch. Fick dich, Wal. Fick dich, Delfin. Wollte ich nochmal gesagt haben. Ich würde gerne ihr Fortbewegungsmittel höchst professionell nutzen. Oder wie auch immer. Ich hallöchen. Fick dein Fortbewegungsmittel. Ich hab... Ich hab den überhälftigen Schlitt am Start. Nein. Falsch. Du sollst in das tolle Auto einsteigen. Nicht in das schlechte. Danke. Zum... Nein, eins zu weit. War schon richtig. Mist. So. Nimm das Geld und renn. Nimm das Geld und renn. Nimm das Geld und renn. I like the feel of high, I'll take it. I like the feel the way you scratch me. Live the world now like you're going to play. Put your money, put your money where you're not this. Put your money where you're not this. Warum soll... Warum soll ich mein Geld essen? Warum... Warum soll ich mein Geld essen? Warum soll ich mein Geld essen? Es gibt keinen Sinn. Ist doch auch egal. Dieses Spiel zu zocken ist ne... Pein. Ja, ich hab gedacht, ich sag jetzt Quale, aber ich bin voll kritisch, ja? Bitte mal. Wie du bist, ey? So, wir parken hier mal. Wie wir geparkt haben, kann's ja keinem sagen wieder. Deine Reifen sind kaputt. Ah, wir haben eine neue Waffe, das ist auch cool. Wurde ja mal Zeit. Und damit war's das für heute, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen in einem russischen Pseudo-Axent. Ich würde kein, ich würde kein Russisch sprechen, aber egal. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Vitali und Wladimir. Egal, wir sind...